Ja, liebe Pilzfreunde, was soll ich sagen? Ich bin gar nicht lange unterwegs, kontrolliere gerade intensiv die erste Stelle mit den böhmischen Werpeln. Und jetzt schaut mal, auf was ich gestoßen bin. Eins, zwei, drei. Ja, und das absolute Highlight an dieser Stelle, diese wunderschöne, große, dicke, böhmische Werpel. Und das wird für uns der erste Fund aus dem Bereich der Morcheln und Werpeln, der bei uns im Pilzjahr 2023 auch endlich mal im Speisepilzkorb landet. Also die böhmischen Werpeln geben richtig Vollgas bei uns. Letzte Woche Sonntag hatten wir die erste kleine Babywerpel. Ja, und hier jetzt an der Stelle schon vier Stück, an anderer Stelle habe ich noch eine gefunden. Und dementsprechend, wenn ihr Habitate mit der böhmischen Werpel habt, schaut es da unbedingt mal vorbei. Die geben jetzt anscheinend Vollgas. Wunder, wunderbar. Ganz, ganz toller Start in die heutige Tour.